hallo und herzlich willkommen zu dieser news ausgabe diesmal wieder mit tour daten veröffentlichungen und neuigkeiten aus der welt des metals heute mit dieser band nach ungefähr einem jahr hat er arbeit in ihrem übungsraum und im studio sind die französischen melodic post-hardcore meddler erfahr stolz darauf eine brandneue ep mit dem titel empty ands herauszubringen dies ist ab sofort bei seven years a week records exklusiv bei bandcamp und den wichtigsten legalen streaming plattformen erhältlich erfahr wurde im sommer 2017 von mitgliedern verschiedener lokaler bands im großraum straßburg gegründet und spielt eine kraftvolle mischung aus melodic hardcore und post hardcore schnell betreiben das studio um ihre debüt ep no landmark in the world aufzunehmen die ein jahr nach band gründung offiziell veröffentlicht wurde nach einigen auftreten in ganz frankreich ging erfahrt zurück in den übungsraum und ins studio eine zweite ep namens empty ands aufzunehmen die im herbst 2009 veröffentlicht wurde das war es mal wieder wenn es euch gefallen hat dann das daumen da schreibt was in die kommentare oder abonniert uns und vergesst nicht dabei die glocke zu aktivieren bis dahin sage ich macht's gut auf so 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 Untertitelung des ZDF, 2020